In diesem Video geht es um Web-Anwendungen zum kollaborativen Arbeiten. Mithilfe bestimmter Web-Anwendungen ist es möglich, dass mehrere Personen auf dasselbe Dokument gleichzeitig zugreifen können. Dabei kann ich mitverfolgen, welche Stellen im Dokument gerade von wem bearbeitet werden. Häufig gibt es auch die Möglichkeit, über eine Kommentar- oder Chatfunktion sich über Bearbeitungsschritte auszutauschen. Außerdem bieten manche Systeme auch die Möglichkeit, ältere Versionen wiederherzustellen. Der größte und bekannteste Anbieter solcher Web-Anwendungen ist sicherlich Google. Google bietet neben Google Docs auch eine Tabellenkalkulation und die Möglichkeit, Präsentationsfolien gemeinsam mit mehreren Personen gleichzeitig zu erstellen. Microsoft bietet in Office 365 ebenfalls die Möglichkeit, gemeinsam an Dokumenten, Tabellen und Präsentationen zu arbeiten. Neben den Produkten von Microsoft und Google gibt es aber auch Open-Source-Alternativen. Ein sehr beliebtes Tool ist das Etherpad. Das Etherpad ist ein webbasierter Texteditor zur kollaborativen Bearbeitung von Textdokumenten. Das Etherpad ist eine freie Software. Auf der Webseite etherpad.org gibt es unter List of Public Instances eine Liste öffentlicher Etherpads, die kostenfrei genutzt werden können. Als Beispiel besuche ich das Etherpad der Wikimedia unter etherpad.wikimedia.org. Um ein neues Pad zu erstellen, klicke ich auf Neues Pad oder ich gebe in diese Textzeile einfach einen Namen für das neue Pad ein und klicke auf OK. Wird auf einer Etherpad-Website bzw. auf einem Etherpad-Server ein neues Pad erzeugt, wird ebenfalls eine permanente URL zu diesem Dokument erstellt. Diese URL kann ich im Anschluss anderen Personen per E-Mail oder Messenger zusenden. Jede Person, die diese URL kennt, kann das Pad einsehen und editieren. Hier oben rechts können Sie sehen, wie viele Personen gerade auf das Pad zugreifen. Sie können hier auch sehen, welche Farbe zu welcher Person gehört und können hier auch einen Namen eingeben und auch ihre Farbe einstellen. Während des Editierens sind alle Änderungen aller Teilnehmenden unmittelbar sichtbar und werden in bestimmten Zeitabständen serverseitig gespeichert. Mithilfe von Farben können Änderungen den einzelnen Nutzenden zugeordnet werden. Die Farben können auch abgeschaltet werden. Eine Exportfunktion bietet die Möglichkeit, das Dokument als Textdatei zu exportieren. Die Versionsverwaltung des Etherpads dient dazu, den Bearbeitungsverlauf einzusehen und ältere Bearbeitungszeitpunkte wiederherzustellen. Etherpads verfügen über ein paar einfache Formatierungsfunktionen. Zusätzlich gibt es ein Chatfenster für Absprachen. Angehörigen der TU Berlin steht unter pad.inocampus.tu-berlin.de ein Etherpad zur Verfügung. Um dieses Pad zu nutzen, müssen jedoch alle Teilnehmenden über ein TU-Account verfügen. Es ist ebenfalls möglich, Etherpads innerhalb eines Moodle- bzw. eines ISIS-Kurses einzufügen. Dafür gehen Sie zunächst auf Bearbeiten aktivieren, gehen dann auf Material oder Aktivität anlegen und wählen dann das Etherpad aus. Im Anschluss geben Sie einen Namen für das Etherpad ein und klicken auf Speichern. Eine Weiterentwicklung vom Etherpad ist das CryptPad. Als Beispiel zeige ich Ihnen CryptPad.fr. Möchte ich schnell ein neues Pad erstellen, gehe ich einfach auf folgende URL. CryptPad.fr.pad Nachdem ich ein neues Pad erstellt habe, kann ich ebenfalls den Link per Messenger oder E-Mail versenden. Ich kann mich hier auch registrieren und anmelden. Dann kann ich die hier erstellten Pads auch speichern und verwalten. Starte ich hier ein neues Pad, bekomme ich folgende Übersicht. Das CryptPad verfügt neben einer Textverarbeitung auch über weitere kollaborative Anwendungen. Unter anderem eine Tabellenkalkulation, ein Whiteboard oder angepasste Texteditoren für die gemeinsame Erstellung bzw. Dokumentation von Quellcode. Diejenigen, denen ich den Link zusende, können diesen Dienst nutzen, ohne sich selber anmelden zu müssen. Neben dem kollaborativen Arbeiten basierend auf beispielsweise Texteditoren oder Tabellenkalkulationen, gibt es weitere Möglichkeiten, gemeinsam komplexe Dokumente zu erstellen. Padlet.com und Mindmeister.com ermöglichen das kollaborative Erstellen von Vektorgrafiken, welche durch beispielsweise Bilder oder Verlinkungen zu anderen Webseiten angereichert werden können. Eine Person muss sich hierfür bei dem jeweiligen Dienst registrieren. Bei der Generierung eines neuen Dokuments wird hier ebenfalls eine permanente URL erstellt, welche weitergeleitet werden kann. Über diese URL können weitere Personen gleichzeitig Veränderungen am Dokument vornehmen, ohne sich bei dem jeweiligen Dienst selbst registrieren bzw. anmelden zu müssen. Eine kostenlose Nutzung mit einem geringeren Funktionsumfang ist bei beiden Diensten möglich. Über die Installation der jeweiligen App können beide Dienste auch auf mobilen Endgeräten wie Tablets oder Smartphones verwendet werden. Um kollaborativ mit mehreren Personen an einem Dokument zu arbeiten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Am schnellsten und einfachsten ist die Verwendung eines Etherpads. Auf Etherpad-Dokumente können mehrere Personen gleichzeitig, ohne dazu ein Benutzerkonto anlegen zu müssen, zugreifen. Dadurch eignen sie sich, um schnell gemeinsam an Ideen, Konzepten oder an einem Brainstorming zu arbeiten. Legen Sie Wert auf einen größeren Funktionsumfang, möchten auch andere Dokumentformen mit mehreren Personen bearbeiten und möchten das jeweilige Pad auch mit einem Passwort schützen, empfehle ich Ihnen CryptPad. Sind Sie auf der Suche nach einer Möglichkeit, Mindmaps zu erstellen oder benötigen Sie komplexere Whiteboard-Flächen, könnte Ihnen MindMeister oder Padlet weiterhelfen. von der Charakteristischen Untertitelung des ZDF, 2020